Leute, die Zoe hat es nicht anders verdient, ihr kennt es ja bereits, die Prozedur. Bestrafung für Versagen muss sein. Und deshalb haben wir uns mal wieder eine ganz tolle kleine Kleinigkeit ausgedacht für die junge Dame. Und zwar diesen wunderschönen Parcours. Zoe wird auf einem Drehstuhl zu Beginn des ganzen, eine Minute haben wir glaube ich gesagt, im Kreis gedreht. Also eine Minute lang richtig schön im Kreisel drehen, dann im Salom um die Hütchen rum, dahinten zu diesem wunderschönen leckeren Joghurt, dann einmal schön mit den Fingern rein und so sexy wie möglich. Das muss gut aussehen. Damit wir dann am Ende auch für Facebook ein geiles Preview-Foto haben. Und wir sind gespannt, wie Zoe das überleben wird. Ich habe mich einmal gedreht auf dem Stuhl und mir war schon schlecht. Ja, super. Dann beginnen wir. Ich fühle mich ja heute auch schon sehr gut. Rigi, gibt es einen 1-Minute-Countdown? Was ist, wenn ich hinfalle? 2, 1, 2. Dann gehst du wieder zurück auf den Stuhl. Oh Gott, ich kotze schon. Aber einen Punkt fokussieren, oder wie war das? Und die Augen zu. Ah ja, genau. Ich mache einfach die Augen zu. Können Sie mal aufhören, mich auf den Kopf zu schlagen? Das war jetzt mega geil. Boah, jetzt. So. Ja, ich guck mal, bitte. Warte, übernimm. Ich guck da was. Ja, ich übernehme. Oh Gott. Oh Gott. Hui, hui, hui. Oh Gott, das ist eine Minute, Alter. So, Achtung. Weiter geht's. Ah, das ist nicht lustig. Hui. Haben wir schon? Oder noch? Ah. Ich kotze die GoPro gleich an. Und los geht's laufen, Parcours, 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 Parcours. Jawohl, jawohl, ja mega gut. Guck mal, jetzt ist schön lecker. Mhh. 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 Also ich muss sagen, echt sensationell Respekt. Ich hätt mich sowas von ähm übergeben. Mhh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020